Hallo, mein Name ist Phil Hollister. Ich werde ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen, in dem ich dich gerne mitnehmen möchte. Begleite mich nach Südafrika. Als langjähriger Videoproducer im Bereich Gay- bzw. Queertravel habe ich häufig Pressereisen in die Hotspots unserer Community unternommen. Dabei bin ich mit Journalisten zu den schönsten Destinationen der Welt gereist. Diese Gruppenreisen waren für mich unvergessliche Erlebnisse. Ich möchte diese Art des Verreisens jetzt auch dir anbieten, nämlich als Gruppe mit netten, gleichgesinnten Menschen die Schönheit dieser Welt entdecken. Meine erste Gruppenreise ist gleich der absolute Traum. Es geht in südliche Afrika, genauer gesagt in die Kap-Provinz. Im traumhaften Kapstadt und Umgebung werde ich zusammen mit dem erfahrenen Reiseveranstalter Gebiko, die zur God of Thuy gehören, und vergessliche Momente schaffen, die wir Reisenden in der Gemeinschaft zusammen erleben werden. Idealerweise entstehen daraus auch Freundschaften und vielleicht weitere tolle Reisen. Auf der Webseite queertouristik.com erfährst du alles über diese queere Südafrika-Gruppenreise. Zögere nicht. First comes, first serves. Komm mit. Ich freue mich auf dich.